Hallo, ich bin Samina Youssef und ich bin heute für Univision auf dem Tag der offenen Tür des Theater MOP. Also das Top ist das Universitätstheater der Universität Göttingen. Universitätstheater heißt, dass wir halt hauptsächlich von Leuten bestückt werden, die im Kontext der Uni angesetzt sind. Angesiedelt sind zum Beispiel eben Studenten, Dozenten, aber auch eben Leute außerhalb der Universität, die immer mal hier spielen, mithelfen und Spaß haben und arbeiten natürlich. Ja, es ist natürlich recht zeitaufwendig, aber bei mir klappt das bisher eigentlich ganz gut. Hallo, wie heißt du? Christina. Und du arbeitest am Top mit? Ja, ich bin freiwillige Helferin, zurzeit wirklich mit bei Eininspektor kommt. Das ist die Produktion, die im März anlaufen wird und da spiele ich das Hausmädchen Ätna. Das ist nur ein kleiner Part und dazu übernehme ich noch die Regieassistenz. Und du würdest es auch jedem anderen empfehlen, hier mitzumachen? Auf jeden Fall. Zum einen kann man ja hier Credits erwerben, was ja immer als Student gerade ganz attraktiv ist. Zum anderen kann man sich ja halt total ausprobieren. Also man kann ja auf der Bühne stehen, man kann hinter der Bühne Sachen machen. Ist eigentlich für jeden was dabei. PR-Arbeit, Schauspielerei, Regieassistenz. Ja. Theater im OP ist ja ein bisschen seltsam. Woher kommt der Name? Ja, also wir stehen hier auch direkt auf der Bühne und diese Bühne war damals tatsächlich ein Operationssaal. Also das Top wurde vor 30 Jahren circa gegründet und davor war das eben eine Klinik, eine ganz normale, stinknormale Klinik. Und die Zuschauerränge, also die heutigen Zuschauerränge, waren dafür gedacht, dass man eben zugucken konnte bei Operationen, damit man eben was lernt. Was ist genau dein Job hier im Top? Ich bin hier für die Maske zuständig. Und hier bei der Maske darf auch jeder mitmachen, so wie bei den anderen Teilen im Top auch, oder? Ja, also es kann jeder mitmachen, man aus allen Fakultäten und man muss auch nicht eingeschrieben sein. Also es ist keine Voraussetzung. Ich bin hier gerade über jemanden gestolpert, der aussah, als ob er in einem schrecklichen Unfall gewesen ist. Was ist mit dir passiert? Ich war in einem schrecklichen Unfall. Nein, in Wirklichkeit war ich gerade in der Maske. Weil ja Tag der offenen Tür ist, werden hier auch Leute geschminkt, wenn sie wollen. Unter anderem mit Special Effects, die man wunderbar sehen kann in meinem Gesicht. Das macht die Maske hier ganz wunderbar. Wie ihr seht, ist es auch hier ein ganz anderer Bereich. Also das Beauty-Schminken ist bloß ein Teil von der Maske. Es sind unterschiedlichste Bereiche, die über das normale Schminken hinausgehen. Und dafür haben wir hier eigentlich einen sehr angenehmen und kreativen Raum, um die Erfahrung zu sammeln. Und innerhalb dieses Kurses wird dann in der Regel auch ein Stück begleitet, wo dann die Leute dann auch ihre neu erlernten Sachen anbringen können und sich direkt mit Theatertechnik auseinandersetzen können. Und vielleicht schaffe ich es irgendwann mal in einen Kurs zu kommen, der mir dann auch beibringt, wie man andere Leute so herrichtet. Also das klang jetzt falsch, aber... Ich glaube, der Hitzeschlag. Was ist hier los? Folgt mir, tapfere Kreuzritter! Oh, ich muss dir was erzählen. Ich habe so einen richtig, richtig, richtig süßen Typen getroffen. Es hat mich getroffen wie ein Hitzeschlag. Also so richtig mit Bart und 50 Kilo Übergewicht und Haaren auf der Brust. Oh nein, wie süß! Also, ich glaube echt, dass Hitzeschlag ein Wort für Schlager in der Hitze ist. So Mallorca, Ballermann und sowas. Herzlich willkommen zu unserer neuen Fernsehsendung. Schlag den Hitze, kurz Hitzeschlag! Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also, ich war vorher, glaube ich, nur zwei Mal hier bisher im Theater im OP und ja, mal so ein Einblick zu bekommen, irgendwie, wie das alles funktioniert mit der Lichttechnik jetzt zum Beispiel, fand ich schon sehr interessant auf jeden Fall. Hat uns gut gefallen und war sehr spannend, weil es so ganz anders ist als viele andere Theater.